Durch Reibung und Verschleiß entstehen den Volkswirtschaften jährlich Schäden, die einige Prozent des Bruttosozialproduktes ausmachen. Überall, wo sich Teile relativ zueinander bewegen, tritt Reibung und somit natürlich auch Materialverschleiß auf. In bewegten Systemen ist wegen des zusätzlichen Kräftebedarfs Reibung meist unerwünscht, was die Funktion von Maschinen beeinträchtigt und erhebliche Energieverluste bewirkt. Christian Vorsich arbeitet seit etwa zehn Jahren an sogenannten DLC-Schichten, diamantähnlichen Kohlenstoffschichten, sowohl in der Wissenschaft als auch in der praktischen Anwendung. Dabei werden in einem Plasma-Verfahren Schichten auf Metallen abgeschieden. Reibung und Verschleiß wird dadurch erheblich reduziert. DLC-Schichten vereinen eine Kombination von interessanten Eigenschaften, wie zum Beispiel hohe Härte, gute Verschleiß, Korrosionsbeständigkeit und geringe Reibwerte. Bislang war es nur möglich, dünne DLC-Schichten bis circa 10 µm abzuscheiden. Uns ist es gelungen, eine DLC-Dickschicht zu generieren, die bis zu 70 µm dick ist. Im Vergleich zu Dünnschichten zeigt sich dadurch eine signifikante Schichthaftungserhöhung. Diese DLC-Dickschichten zeigen im Vergleich zur Dünnschichttechnologie neue Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen Industriebereichen, wie zum Beispiel der Fertigungstechnik oder im Maschinenbau. Ein weiteres Einsatzgebiet ist die Kunststoffverarbeitung. Ein laufendes Projekt beschäftigt sich mit der Beschichtung von hoch beanspruchten Anlagenkomponenten im Kunststoffrecycling, um den Verschleiß zu reduzieren und dadurch die Standzeiten zu erhöhen. Weiteres stellt diese DLC-Dickschicht ein großes Potenzial dar, die in der Technik weit verbreiteten Hartchromschichten zu ersetzen, deren Herstellung durch Verwendung von hochgiftigen und karzerogenen sechswertigen Chroms sehr umstritten und problematisch ist. Christian Vorsich ist Autor von circa 30 wissenschaftlichen Publikationen und Vorträgen, die in Fachjournalen veröffentlicht wurden. Neben seiner Forschungstätigkeit führte er auch zahlreiche Lehrveranstaltungen an der Fakultät in Welsdorf.